Katastrophenfall wegen Brand in Firma ausgerufen, Flammen sind unter Kontrolle Wunsiedel, wegen eines Feuers in einer Firma hat das Landratsamt Wunsiedel im Fichtelgebirge den Katastrophenfall ausgerufen. So konnten Kräfte aus umliegenden Landkreisen hinzugezogen werden. Langsam entspannt sich die Lage. Laut Polizei brach der heftige Brand am heutigen Dienstagmorgen im Gemeindeteil Hohlenbrunn auf dem Gelände des Industriebetriebs in der dortigen Bahnhofstraße aus. Feuerwehrleute kämpfen seit etwa 4 Uhr gegen die Flammen an. Eine große Rauchwolke war weit über Wunsiedel zu sehen. Es sei ein riesiger Brand, sagte eine Sprecherin. Am Mittag waren rund 550 Einsatzkräfte, darunter das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst, vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings niemand. Im Umkreis des Brandortes wurden jedoch mehrere Gebäude evakuiert. 100 Mitarbeiter mussten das betroffene Haus verlassen. Der Rauch kann gesundheitsschädlich sein, deshalb werden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, so die Polizei. Im betroffenen Gebäude werden mehrere Tonnen Kunstharz gelagert. Flammen in Hohlenbrunn unter Kontrolle, Löscharbeiten dürften allerdings bis in die Nacht andauern. Zur Prüfung wurde ein Expertenteam der Feuerwehr hinzugezogen, welches entsprechende Messungen vornimmt, erläuterte die Polizei. Die vom Feuer betroffene Firma stellt Isolatoren her, also Elektrotechnikbauteile. Zur Brandursache konnte die Sprecherin der Polizei zunächst nichts weiter sagen. Der Schaden soll jedoch hoch sein. Während der Löschmaßnahmen wurden mehrere Straßen in und um Hohlenbrunn gesperrt. Auch der Busverkehr nach Hohlenbrunn wurde ausgesetzt. Der gesamte Bahnverkehr am Bahnhof Wunsiedel-Hohlenbrunn wurde einstellt. Außerdem wurde die Strecke Markt-Redwitzhof entsprechend gesperrt, weil die Gleise direkt in der Nähe des Einsatzortes verlaufen. Untertitelung des ZDF, 2020